hallo herzlich willkommen zurück zu star wars battlefront diesmal oder immer noch mit dem gleichen team von der letzten folge battle of the coup diesmal spielen wir die rebellen seite diesmal drehen wir das spiel um und jetzt gucken wir mal ob wir auch im letzten punkt verkacken werden oder nicht ich weiß es nicht verkacken wollen werden good luck and have fun herzlichen glückwunsch jetzt sagen wir ja wir kümmern uns zusammen um den einen punkt halt oder ok den einen auf den gleichen punkt sagen wir es mal so sagt die blonde rebellen frau ja mann ich habe keine titties ich kann nicht reinzunehmen jetzt wollen ich hier in den drin ich würde sagen wir nehmen den linken ich will das teil jetzt blockt er mich weg warum er hier die ganze punkte kriegt ja weil er war die ganzen special items immer hat er wird schon geschossen kameraden hat von der bettkante macht dann selber die punkte da liegt aber noch mal ein bisschen links ja nehmen wir das mal fix rechts 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 wieder hoch das kann nicht wahr sein wo ist das ding jetzt hier kritischer kill assist super oder der ist wichtig habe ich gehört das ist so ruhig wenn du gerade nicht weiter machen kannst du einfach den ganzen weg wieder laufen nach jetzt rechts haben schon weiß vom plan das wird ja das ist ja nicht mehr feierlich aber von links bb8 wieder bb8 wir haben es aber gut ja ich würde sagen wir gehen wo sind wir denn eigentlich von hier fuck rechts ich gehe noch von rechts alles klar da ist noch einer oh 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 da läuft einer hinter mir ich spiele einfach mehr spiel halt nur eine aufnahme das ist ein echtes problem ich glaube das würde helfen mal auch nicht so aufnahmen zu spielen auch wer weiß man munke oder sind ganz viele in der mitte einfach mal renate schmeißen ich habe gesehen dass du da hingelaufen bist du hast für mich auch gesehen sie nebeneinander hergerannt vielleicht gehen wir auf den linken oder den rechten jetzt eigentlich linken oder? oder schon hier links linken, okay, alles klar fuck kannst du mal entscheiden was du raus holen willst? ach, kann die wahr sein ach, wieso muss ich eigentlich immer gegen zwei leute auf einmal kämpfen genau, du bist auch der einzige der hier gegen drei Leute spielen muss aber wo du dachte obendrauf jawohl hast du dir so gedacht da kommt einer nach rechts, vorsichtig boah, von hinten will ich mich jetzt was? das kann nicht wahr sein komm, stirb nein und was passiert ich werde trotzdem von denen abgeknallt alles geklärt da ist der Snowspeeder wir haben gesehen, das Problem ist, ich habe den Controller nicht angeschlossen fällt mir gerade auf das kann ich gerade vergessen aber ich habe ihn angeschlossen aber ich habe jetzt keine Bock zu versuchen aber was habe ich noch? ich habe mir gefriert, dass ein ATSC mich runterholen wird da kommt ein ATSC Arnold, holen wir weg Autsch toll, wie bin ich jetzt? hier kann ich gar nicht rum ok also was für ein Schlacht-Friedhof hier Wahnsinn wieso steht der so weit hinter uns noch nie boah ey jawohl, da habe ich ihn gehabt boah, kriegst du mich nein komm nicht mal in die Nähe von dem Punkt, ne? boah ich auch nicht das wäre die Präzision des Todes heute das ist voll normal hier in diesem Scheißspiel unsere Leute nehmen einen Kontrollfuss ein ja genau das war uns recht schon wieder auf 50% vom Untersuch vor was? mit der Arm groß von rechts ich hau mich zwar selber weg, aber egal aha, so der Kill wollte ich jetzt einmal mal machen ja, der Kill Assists, yeah oh nein jetzt verstecke ich mich natürlich da um die Ecke und da steht weil du hast hier so Punkte wo du denkst, ah du bist safe und da kommt wer von rechts und mach die voll weg ja ich bin hier der Stryker weißt? weißt du? ja oh Thermal Empower habe ich jetzt auch mal oh oh der hat so ein Ge- oh ok ich nehme alles weg oh das wird glaube ich nicht so gut ich spawne direkt da beim Einnehmen oh Gott ich spawne direkt da beim Einnehmen, okay oh Gott da kommt der AT-ST nice ich bin irgendwie voll das Opfer einmal in dem Spiel wir haben meinen Kontrollpunkt da oben wahnsinn das ist glaube ich nicht so ein Trigger was ich gerade hier tue ich habe das Spiel das schlechtische das schlechtische Schuh da wohl überhaupt was von die Zeit die wir noch hatten aufgerechnet für den nächsten Punkt kann das sein ja wir kriegen jetzt einen Bonus fuck ah ja siehst du sieben oh da kommt noch einer alter wie viele das ist wohl Kopftreffer Junge geh auf den rechten diesmal geh auf den rechten ja geh auch am rechten ja ich bin hinter dir oh da stehen sie schon wieder oh Gott ich brauche dringend auflaut ich weiß nicht warum ich immer so schnell tot bin ich verstehe das wirklich nicht ich glaube ich muss auch mal den den äh wo ist er denn ok freigeschaltet für die Rebellen ach ich bin so dumm na gut ooooooooh wir übernehmen einen Kontrollpunkt nein kam er noch von hinten feindliche Einheiten beträgt die Zone ja ist das geil jetzt bin ich das kann nicht sein woher schon wieder jetzt meldet sich mein scheiß Dell oh oh wir machen jetzt ein Systemcheck und tappt aus gut jetzt habe ich es im Fenster na so lange ich jetzt noch hatte ich mich im Nahkampf gekillert ach leck ach leck ach leck ach leck ach leck das kann doch nicht sein wir übernehmen einen Kontrollpunkt was steht die denn hier ich komm mir an und werde schon wieder halb tot alter wie schnell ich immer tot bin das gibt es gar nicht ich krieg 2-3 Treffer ab tot ich schieße die mit 5-6 Treffer ooooooooh das ist das Problem das ist das Problem Hubschüsse sind einfach essentiell funktioniert nicht ja aber du bist der King also du hast du nichts ja pff super ich spiele aber wie der größte Lappen ey ja wir kommen im Club ey das gibt es nicht man der Rage Mode in dem Spiel ist einfach so riesig das stimmt schon ja da kommt schon wieder ey 6-80-S Team der steht einfach nur dumm da und ballert einfach alle abgab keiner von uns kriegt einen Granatenwerfer äh Raketenwerfer meine ich keiner fliegt mit dem Snowspeeder durch die Gegend ich versuch's würd's gern machen aber Gott Controller nicht angeschlossen ja das wird ja auch mal und bei mir muckt es rum wenn ich es während dem Spiel tue fuck er hat einfach fast die gleiche Waffe wie ich aber ich finde ich schieß mich schneller ab jo alter ja da ist er geflogen ich spielte als ich ich glaub Tode durch Granaten fast alle das kann nicht wahr sein stirbt doch Mensch der Stern zerstört ist einfach so geil der einfach so da da liegt der rumliegt ja was sich her fucket kann man jetzt doch markieren oder so weil ich hab grad irgendwie Markierungen bei den Gegnern gesehen vielleicht wenn einer das Dings die Scalepuls macht ne Scalepuls sieht anders aus kann man markieren Arnold? war das das ja? ich kann markieren ja auf welche Taste? ich hab die Karte dafür unsere Leute erleden einen Kontrollpunkt und wo jetzt schon wieder? kann doch nicht wahr sein Mann das gibt's nicht Mann das war ich hab doch einfach da hat sie nur erwischt rechts wieder ganz viele auch fuck du 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 Mit einer Rakete holt mich der runter und wir schießen vorhin auf den anderen ohne Unterlass. Jo, jetzt kommt er mit der Sniper. Ey, mit dieser scheiß Impuls-Kanone. Wenn ich die als drin hatte, hab ich nix getroffen mit. Die treffen da immer so instant aus der Lücke raus. Was? Von hinten, von hinten! Körperschild. Und alles hat er. Alter Vatai. Nice, ATS-D. Geil, komm nicht durch. Und die Ecke schießt er. Keine Ahnung, wie er das macht. Was? Der stand in der Explosion drin. Ja, vielleicht überlebt das mal eben. War da was? So, alles klar. Wo ist der Dreckskerl? Die immer extrem weit außen rumlaufen. So richtig... Hissig. Hä? Achso, schon der letzte Punkt. Oh, der ETS ist immer noch da. Ey, das kann nicht wahr sein. Mach dir doch mal einer weg. Ich mach ihn gleich weg. Ja, genau. Kommst du da her, Typ. Friss das, Mann. So. Boah, ey. Ach, du heilige Kacke. Wo kommt die denn her? Rechte Seite verdammt viel. Ey, sag mal, wie viele Raketen haben die eigentlich, bitte? Ist der ATS hier noch der? Ja. Genau, Granade. Logisch. Ja, genau. Ey, der Speeder ist so kacke, Mann. Oh Gott. Nein, da ist er wieder. Na, für ist der so kacke, ist der hat er uns vorhin gerade schon aufgerümmelt her. Für das so scheiße ist. Na, ATS ist die. Äh, meine Tasche, da geht nicht mehr. Und das war's mit dem Speeder. Einer von denen weiß genau, wo der ATS hier ist. Und der holt sich den halt jetzt immer. Immer der gleich, ne? Gegen den machst du halt nichts, weil irgendwie unsere Leute haben keine Raketenwerfer. Ich wurde gerade zweimal mit dem Speeder vom Raketenwerfer getroffen. Ich wollte auch nicht wirklich viele Waffen, von daher. Ich wollte vom Feind erfassen. Der ATS hier ballert die ganze Zeit auf mich. Oh nein. 2K. Was sucht du, Mensch, Mann? What? Was ist hier passiert? Das war jetzt so wieder so lächerlich. Oh Gott, wovon wo denn jetzt schon wieder? Nein. Was? Oh nein. Andere Richtung, weil da kommst du nicht lang. Andere Richtung. Willst du mich verarschen? Ja, super. Willst du gerade Partnerschaft machen, wird der Partner gekillt. Das ist genau. Ist genau auf dem Dach. Er ist doch gerade lang gesprungen. Ja, genau. Schnell, 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 schnell. Oh, du kommst nicht von hinten. Annäherungsmine. What? Komm schon, verdammt. Nein. Oh, da war ich nicht zu killgeil. Oh, das kommt wieder von einer von unserer Seite. Jetzt gucke ich einmal nicht rechts. Aber wenn man ganz außen steht, ist das gar nicht so schlecht. So kann man mehr oder weniger snipen. Ja, sicher. Ich spawn viel zu weit weg. Darf mich, glaube ich, einfach nicht so sehr aufregen, wenn ich gekillt werde. Dann spielst du das einfach nochmal. Ich habe eine Rakete jetzt. Jetzt könnte ich doch mal was gegen ATS-Team machen. Ja, der ist hier gerade irgendwo. Alter, stirb doch einfach mal. Was ist los mit dir? Kannst du das nicht? Nice. Ein paar Leute weggehauen. Den haben wir nicht trifft. Schön. Ey, wenn du eigentlich direkt killst, ja, dann hast du eigentlich schon verkackt, weil dann einfach die Freunde von dem, ich nenne es jetzt einfach mal Freunde, ob sie sind oder nicht, dich dann halt direkt wegnehmen. Ja, sagen wir es mal so, wenn ich sterbe, ich nehme immer mindestens einen mit zum Glück, aber es ist halt trotzdem nervig. Der stirbt nicht. Oh Gott. Jetzt stirbt, Mann. Ja, ich muss wieder aus. Oh, von rechts kommen sie wieder. Alter, der Junge stirbt aber auch null. Was ist denn los mit dem? Habt ihr das verlernt? Fuck. Von rechts. Nee, den einen kommt, den kriegst du einfach nicht mehr. Kommt die denn mit dem Schild an? Da muss man sich ja gut anstellen, auf jeden Fall. Kommt die denn mit dem Schild an und fistet mich, ey. Ich komm gar nicht in Reichweite gerade, irgendwie in die Schlacht rein. Hey, stirbt, Mann. Ich find's lustig, wie weit der Kerl laufen kann, also dass er entkommen kann. Der steht mitten auf dem Feld, rennt zurück, alles schießen auf jeden, er überlebt ist. Alter, wie Ray gesagt hat, du killst einen und links davon kommt sein Kollege und killt dann dich. Ach komm, das gibt's doch nicht. Das ist... Äh... Nein! Der Blasterkanone. Richtig blöd. Das ist jetzt ne blöde Ecke da. Ach Gott, ja. Oh, das kommt wieder rumgejumpt. Oh Gott. Ja, klar. Logisch. Komm, gib mir eure Laser, ich friss gern Laser. Oh, ETS-T. Ziemlich weit vorne, der Typ. Nein, ich schieße ihn zuerst an, der Dressig-Jung tötet mich. Ah, da steht er, okay, warte, ne, hier ist die, nehmen wir aufs Korn. Pass auf, wenn ich jetzt auf ihm ziele... Links, 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 links. Ich habe ihn getroffen einmal, aber das tötet ihn natürlich nicht. Okay. Du schießt auch. Ja, wird gespawnt, genau von der Art. Das kann nicht wahr sein. Da kommen sie wieder... Nein, kein Mate blockiert meine Granate, das ist wieder richtig geil. Ach Gott, dahin. Wo willst du denn? Nein! Ich will auch diese scheiß T21B haben, man. Diese scheiß Sniper. Das kann nicht wahr sein. Nice, ich kann nicht mehr scannen, ich habe keine Aufnahme. Jo, also es läuft so, bei uns so wie... Aufpasst von nix. Alter, nice! Die Olle ist schon wieder, ey diese... Geht mir so oft, ey, ich geh mir doch nicht... Oh, da stehen wir nicht im Schuss drin, Junge. Ja. Alter, Fanyo. Wie kann man denn das? Nice! Ohhhh! Wie viele Tode ich aber schon gestorben bin, ey. Ich sterbe im Moment nur, ich renne vor. Mal 24 Tode, wer überbietet? 26. Na. Hab ich auch mehr. Gefühlt auf jeden Fall. Nee, Alter. Du hast 8. Du hast 8. 23. Ich hab 28 Tode. Ja, genau! Dieser Satz fällt dem Ego-Shooter aber auch immer wieder, ne? Alles freigeschaltet. Ich glaub, ja genau, das hat man am meisten am Ego-Shooter sagt, ey. Alter, hör auf mich anzuschießen. Auf dem Fall. Ja, genau! Der Lampa 2000. Ja. Ich würd sagen, das war's. Jo, war's auch. Komm, ne, hier will ich noch. Ach, hau doch nicht ab, Mann. Eine Granate kommt noch angeflogen. Die nimmt einen mit. Ja, okay. Scheiße. Ja, also der letzte Punkt ist hart umkämpft auf jeden Fall. Ich glaub, das ist, da muss man wirklich als gesamtes Team, als komplettes 20 Mann, sich wirklich gut anstellen, sonst hat man da keine Chance. Ähm, ja, das war jetzt auf jeden Fall der Bonus mal, äh, wie ist er nochmal? Egal. Wendepunkt? Äh, Wendepunkt, ja. Ja, super Wendepunkt. Ja, die müssen da, finde ich, noch ein bisschen auf jeden Fall wieder ausbalancieren. Generell, das Spiel hat noch wahnsinnige Balance-Probleme. Granaten, finde ich, viel zu krass. Also, die müssten sie entweder die Abklingzeiten extrem erhöhen oder den Schaden reduzieren oder irgendwas müssen sie da machen, weil das ist aktuell echt nicht schön zu spielen. Und viele, viele andere Dinge. Mhm. Aber, das war's jetzt auf jeden Fall von Battlefront. Ich denke mal, man muss dem Spiel Zeit geben. Es ist jetzt ein neuer Shooter sozusagen. Da ist ja zwar Erfahrung, aber, ähm, ja, es ist trotzdem ein neues Genre irgendwo. Und ich denke mal, über die Dauer der DLCs und so weiter, wäre da vielleicht schon noch was Gutes ranreifen. Wir werden's auf jeden Fall im Auge behalten und weiterhin immer mal ab und zu mal eine Folge machen. Ansonsten spielen wir einfach weiter in die Jägerstaffel des Mr. Zermodus, wo wir ein bisschen was drauf haben. Ein bisschen. So. Wir sind aber raus und sagen tschüss. Vielen Dank für's Einschalten. Ciao. Ciao, ciao.